Aldi Nord genießt unter den Discountern einen guten Ruf, zahlt über Tarif. Diese drei Kassiererinnen seit Jahren bei Aldi Nord aber erzählen, sie müssten mehr arbeiten als eigentlich vereinbart. Mehr Geld gäbe es dafür nicht. Pünktlich raus waren wir nie und morgens war es grundsätzlich früher angefangen. In dieser Zeit von sieben bis viertel vor acht haben wir dann Brot eingeräumt, Zeitungen eingeräumt, Obst und Gemüse eingeräumt. Laut Planer hatten wir nur eine Viertelstunde und das war halt nicht zu schaffen. Wurde Ihnen diese Zeit bezahlt? Nein, die wurde nicht bezahlt. Unbezahlte Mehrarbeit? Aldi Nord weist die Vorwürfe strikt zurück. Schriftlich teilt das Unternehmen mit, alle Aussagen der drei Mitarbeiterinnen über angeblich unvergütet bleibende Mehrarbeiten sind definitiv falsch. Und weiter betont das Unternehmen, bei Aldi werden seit jeher sämtliche Überstunden vergütet. Die drei Verkäuferinnen bleiben bei ihrer Aussage. Wer hat also Recht? Sogenannte Kasseneröffnungsbonds aus mehreren anderen Aldi Nord Filialen zeigen, statt um 7.45 Uhr wurden die Kassen offenbar deutlich früher startklar gemacht. Über die Bezahlung dieser Zeiten sagt das zunächst nichts. Die drei Kassiererinnen allerdings berichten, ihre früheren Anfangszeiten tauchten in keiner Anwesenheitsliste auf. Der Verdi-Mann Klaus-Werner Gnad kennt noch andere Fälle bei Aldi Nord. Wir haben zwei Filialleiter in persönlichen Gesprächen erklärt, dass sie, um die Rahmenwerte zu erreichen, Stunden nicht aufgeschrieben haben oder Stunden gestrichen haben. Sowohl bei sich selber als auch bei Mitarbeitern ihrer Filiale. Aldi Nord betont, Manipulationen der Arbeitszeiterfassung sind weder Praxis, noch werden sie geduldet. Susanne Börner sagt, sie habe ihren Job eigentlich immer gerne gemacht. Das ist alles in Frage gestellt. In Frage gestellt, weil wir nur erreichen wollten, dass unsere Arbeitszeit korrekt und konkret erfasst wird. Das ist also die Haltung der Frauen. Aldi sagt, das stimmt so, alles nicht, haben wir ja im Beitrag auch verstanden. Unbezahlte Mehrarbeit, darum geht es, wie sie die Frauen angeblich leisten müssen. Kann man das als Arbeitgeber von Mitarbeitern auch schon mal verlangen, Herr Gerster? Das geht nicht. Also diese Beispiele sind rechtlich ein Verstoß und dem muss nachgegangen werden. Was es natürlich gibt, ist zum Beispiel bei Teams, die eher in Kreativberufen zu finden sind, als bei einfachen Dienstleistungen, dass man in einer besonderen Situation mal ranklotzen muss und bis abends um 10 Uhr arbeiten muss, damit ein Angebot fertiggestellt wird oder so etwas. Aber das muss dann auch sich insgesamt wieder ausgleichen. Unbezahlte Mehrarbeit kann es nicht geben und das muss arbeitsrechtlich geahndet werden. Sehen Sie auch so, Herr Holtz? Also ich glaube, wir müssen über diese Selbstverständlichkeiten nicht reden. Wir leben in einem Rechtsstaat und alle Beispiele, die hier gezeigt worden sind, sind für mich Rechtsverstöße. Da brauchen wir gar nicht lange drüber reden. Also worüber reden wir dann? Ja, aber dieser Rechtsstaat kann doch nicht gemacht werden, weil diese Menschen in keinen geschützten Arbeitsverhältnissen sind. Das ist doch jetzt in dem Fall nicht. Aber ich finde auch noch einen anderen Aspekt, der würde mich daran interessieren. Wenn ein Arbeitgeber solche Dinge macht und offensichtlich wiederholt macht, wie können wir Menschen auch dazu empowern, dazu befähigen, zu sagen, wir kündigen. Wir haben eine Chance mit unserer Arbeitskraft, wir können was, auch woanders Arbeit zu finden. Ich glaube, das müssen wir auch mit bedenken, weil so etwas wird es in jeder Gesellschaft, wird es Regelverstöße immer wieder geben. Das ist aber nicht ein Zeichen dafür, dass die Gesellschaft nicht funktioniert. Aber Herr Hoxwood, da müssen Sie den Menschen auch sagen, wo sie hinterher hingehen sollen. Wenn der momentan kündigt und seinen Arbeitsplatz erst mal selbst aufs Spiel setzt, dann kriegt er erst mal vom Arbeitslosengeld eins eine Sperre. Das heißt, er wird erst mal überhaupt nicht versorgt. Und dann ist die Frage, wo geht er denn anders hin? Die Frage ist nämlich, dass in diesen Bereichen, über die wir reden, die Arbeitsbedingungen in der Regel generell so geworden sind, dass sie sich deutlich verschlechtert haben. Und dass es immer mehr solche Arbeitsverhältnisse gibt und dass die Politik dazu beiträgt, dass es noch mehr werden. Und wenn ich Ihnen zuhöre, fällt mir mal Karl Valentin ein. Der hat gesagt, die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Die Zukunftsbilder, die Sie uns malen, die sind Zukunftsbilder, in denen der Mensch relativ vereinzelt durch die Gegend saust sich irgendwo einen Job suchen muss, der nicht mehr abgesichert ist, wo er vielleicht vernünftig bezahlt wird oder auch nicht. Meine Zukunft sieht anders aus. Ich kann Ihnen sagen, wir stellen uns vor, dass die Menschen tatsächlich wieder ein Normalarbeitsverhältnis haben, wo sie wissen, für diese Zeit kriege ich mein Geld und wenn ich gekündigt werden soll, dann braucht man dafür Gründe und ich kann nicht über Befristungen einfach entfernt werden. Das wäre doch auch mal eine Zukunftsperspektive, die wir als Politiker machen sollten. Für das sind wir nämlich gewählt, nicht von den Arbeitgebern. Herr Ernst, das erinnert mich an mich. Aber wir sind auch nicht der verlängerte Arm von Gewerkschaften, Herr Gewerkschaftsfunktionär. Das muss man auch sagen. Das kann eine Lobbypartei machen wie Ihre, die sich ausschließlich als fokussiert auf eine gesellschaftliche Gruppe sieht. Aber verantwortliche Politik sieht anders aus, Herr Ernst. Das muss man auch mal ganz klar sehen. Das kann man sich, das muss man auch in dem Fall sehen. Es funktioniert ja, die Damen wehren sich ja möglicherweise zu Recht, wenn das stimmt, was da in dem Filmbeitrag vorgetragen ist. Wenn es stimmt, dann wird jedes Arbeitsgericht diesen Arbeitgeber dazu verurteilen. Und wer, die wir zu unterstützen. Und dass es funktioniert, sieht man ja, dass sie sich wehren, dass sie sich öffentlich wehren. Dass Öffentlichkeit über diesen Monitorbeitrag hergestellt wird. Es funktioniert ja in Deutschland. Es ist ja ein gutes Beispiel dafür. Und Gott sei Dank funktioniert es. Frau Neumann, noch wer? In Ihrer Branche ist es da möglich oder auch üblich, dass Frauen dazu gedrängt werden, unbezahlt zu arbeiten und diese Stunden dann später nicht aufzuschreiben? Ich will es mal Folgendes sagen. Wenn Sie 300 Quadratmeter in einer Arbeitsstunde reinigen müssen, können Sie sich vorstellen, dass Sie das in einer Arbeitsstunde schaffen? Also, es wird so kalkuliert, der Preis geht nach unten, die Quadratmeterzahl wird hochgeschraubt und die Frauen in befristeten Arbeitsverträgen, die ihren Job behalten wollen, kriegen ganz klar die Ermahnung, Das Hauptzollamt kontrolliert uns. Die Frau, die tatsächlich ihre Arbeitszeit reinschreibt und ihre Überstunden draufschreibt, da wird der Arbeitsvertrag nicht verlängert. Das ist Fakt. Und ich kann Ihnen... Beide UGV haben wir sie dutzend, dutzendweise in der Sprechstunde. Und können Sie denen dann helfen, Frau Neumann, wenn die zu Ihnen kommen? Nein, kann ich nicht. Wir müssen den Frauen sagen, entweder entscheidest du dich jetzt für deine Überstunden oder für deinen Arbeitsplatz. Du wirst nicht weiter verlängert. Der befristete Arbeitsvertrag wird nicht verlängert, wenn die überhaupt hören, du bist in der IG Bau. Firmen unterschiedlich. Es mag sein, dass der eine mittelständische Betrieb oder der andere zu den Mitarbeitern noch stehen. Aber die Großen, die wirklich die Profite machen und die Kleinen übrigens kaputt, die kleinen Handwerksbetriebe mit 500, 600, 700 Leuten, die ziehen die Nummer durch. Und sie können, egal wie gut sie arbeiten, bevor der dritte Arbeitsvertrag ausgelaufen ist, die Befristung ausgelaufen ist, sind diese Menschen weg. Man ist in der Dienstleistung eine Nummer. Und wenn die Nummer gezogen ist, bist du weg. Egal, welche Mühe du gemacht hast. Ich will nur eine Sache. Vor 20 Jahren haben auf einem Chemiewerk 43 Frauen gearbeitet. 43. Davon sind jetzt noch da 14 A400-Euro-Kräfte. So ist die Leistung angewachsen. Und die letzten paar Jahre mit den befristeten Arbeitsverträgen, ich habe jeden Tag den Kampf. Bei mir in der Firma nicht mehr, aber ich bin die Bundesfachgruppenvorsitzende und ich bin in der IG Bau. Und wir haben sie überall und versuchen verzweifelt Mitte und Wege zu finden, um darüber überhaupt anzugehen. Glauben Sie, wenn ich jetzt keinen richtigen Kündigungsschutz hätte, ich könnte hier im Fernsehen sitzen? Das kann ich nur. Das kann ich nur, weil ich den Kündigungsschutz habe. Und weil Sie Betriebswirtin sind. Als Betriebswirtin, richtig. Herr Hox. Aber es gibt ja bald keine mehr. Beeindruckt Sie das eigentlich oder sagen Sie immer, das ist Eigenverantwortung? Da hätte Frau Neumann vorher eine andere Weichenstellung vielleicht in ihrem Leben stellen sollen. Nein, gegen Betroffenheit können Sie nicht argumentieren. Das wissen Sie ja am besten. Und deshalb ist es immer schwierig, eine Diskussion darüber... Nein, wenn jemand in einer solchen Situation ist, dann führt das natürlich auch dazu, dass man Diskussionen über die Zukunft eben nicht mehr führen kann. Man kann sich nicht überlegen, wie könnte es anders sein. Es gibt ja einen Begriff im Englischen, der ist ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, er ist ganz einfach, was er meint. Flexsecurity. Nämlich die Kombinierung von Sicherheit und Flexibilität. Und ich glaube, wir müssen uns in unserer Gesellschaft, wenn wir Zukunft planen, wenn wir verstehen, was dieser Übergang ist, der hängt ja, das hat Sie ja auch gerade angedeutet, mit Produktivitätsveränderungen zu tun. Also wir können heute manche Arbeiten sehr, sehr viel effektiver machen. Wir brauchen weniger Menschen dazu. Das heißt aber auch... Das, glaube ich, wollte Frau Neumann nicht andeuten. Sie wollte andeuten, dass heute es sehr viel weniger Frauen abverlangt wird, dieselbe Arbeit zu machen. Ja, da sind wir uns sofort einig. Und sich also viel... Verstehen Sie, das ist ja überhaupt kein... Nee, kaputt zu arbeiten. Ich glaube, das beschweigt Sie uns. Niemand hier sagt, dass einfache Arbeit nicht auch gut bezahlt sein muss. Das ist schon richtig. Die Frage ist doch, wie können wir in der Gesellschaft, in allen Bereichen, können wir eine Kombination dessen herstellen, dass wir tatsächlich auch realisieren, dass in Zukunft Arbeit nicht mehr lebenslang sein wird. Aus vielen Gründen, über die wir ja vielleicht hoffentlich ein bisschen gesprochen haben, sodass wir den Menschen gewissermaßen Möglichkeiten, Tools, Werkzeuge an die Hand geben, auch in verschiedenen, in anderen Jobs dann ein Auskommen zu finden. Ich glaube, dass die Menschen in Zukunft drei, vier, fünf Berufe in ihrem Leben haben und es auch haben sollten und dass die mit ihren inneren Fähigkeiten zu tun haben können. Und wenn sie das haben, dann sind sie auch nicht so verletzlich gegenüber Ausbeutung. Das ist ein Teil und der andere Teil sind meinetwegen auch staatliche Absicherungen, Gesetze, da bin ich auch dafür. Warum sind Sie für einen Mindestlohn? Warum sind Sie für einen Mindestlohn? Warum sind Sie für einen Mindestlohn? Untertitelung des ZDF, 2020